Gute Nacht Micha, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch, schlaft gut. Kommander Reyes, Stratcom hat einen Flottenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Koch sechs Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay Admiral, fahren Sie fort. Heute startet die Frontia Oma um. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht Josi, schlaf gut. Bussi auf Bauchi, nicht Kussi aufs Nussi, ne Küsschen aufs Nüsschen. Unsere Welt steht am Anfang. Ich werde auch gleich Feierabend machen, ist ja schon wieder ordentlich spät. Das Losreißen reicht nicht. Wir werden sie brechen. Ihre Städte werden brennen und die Zeiten ihrer Geschichte. Na, es ist ja. Captain, Sie werden nicht aufgeben bevor Sie unsere Welt haben. Das könnte unser letztes Gefecht sein. Verstanden, Sir. Schiff weiter repariert, Sir. Ankerdeck einsatzbereit. Gute Neuigkeiten. Ich schreibe gleich mal einen Einsatzbericht. Ethan, begleite Sergeant Omar. Hilf ihm bei dem Bericht. Ja, Sir. Ich hab das schon im Griff, Captain. Ohne Zweifel. Du hast deine Befehle, Ethan. Natürlich, Sir. Wieso ist da schon Snow in dem Spiel? Erzwungene Zweisamkeit für die zwei? Ich wusste, ich kenn den irgendwoher vom Gesicht her. Ich warte auf Omar. Ich tippe auf Ethan. Sie haben ein feindliches Schiff geentert? Da kann ich nichts zu sagen, Boss. Ich interpretiere das als ein Ja. Als ein sowas von Ja. Heute wird Geschichte geschrieben. Gehen wir hoch, Raze. Mal sehen, was wir haben. Aber hat er sonst nur auch so eine Nabi über dem Gesicht? Also, bis Ende des Waffel 3? Oh, das ist Spoiler. Bis jetzt noch nicht, würde ich sagen. Oder? Oder? Die SDF schneidet uns mit einer Blockade ab. Wir kommen wieder nach Hause, Salt. Ich weiß. Captain, Lieutenant. In den Nachrichten kommt dann Bericht über die Portalschlacht. Gucken Sie mit? Ich passe. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Ich guck mit. Der Captain war auf dem Schiff. Als es hochging? Macht euch gemütlich. Das wird gut, Mann. Ich hoffe, die SDF sieht zu. Ja. Es fängt an. Der Hafenkomplex ist das primäre Fracht-Handels- und Passagierterminal der Erde. Eine Kooperation der Portal-Küstenwacht-Verteidigungstruppen und Spezialeinsatzkräften wie dem Elites-Star Team der Marine. Und den Unser Marines hat die SDF zum Anzug gezwungen. Auf die Marine. Für Medienvertretung der Unser-Streitkäfte war er die Dänze in Neun-Divis. Na gut, genug Propaganda. UNSR! Los, Red! Los, Tigris! Gehen wir erstmal in den Kammer. Das wird ein langer Tag, Fever. Ja, 6 bis 12 wird heute nicht reichen, Raider. Waffenfreie Schädigungen abholen, Nachrichten lesen. Käpt'n hat die Brücke. Steuern nach links. Kurs 270. Wie sieht es mit den Infos aus? Max, keine Präsentation? Wann immer der Käpt'n bereit ist. Äh, ich muss erstmal in meine Kabine. Wo war die doch gleich? Ich darf wahrscheinlich gar nicht in meine Kabine, oder? Ist dem so? Das ist der Fahrstuhl? Alles klar. Hier hinten wer? Ha! Hier ist meine Kabine. Tada! Neue Nachrichten abrufen. Logbuch 9. Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Nach dem Einsatz unserer Artis-Geschütze gegen die Flotte, versuchte der Agent Ria das Artis-System zu zerstören. Das hätte die Erde verwundbar gegen Luftangriffe gemacht. Zur Zeit ist unklar, ob man die Geschütze von einem anderen Ort aus zerstören kann. Ich werde sie über jegliche Entwicklungen informieren. Rain's Ende. Heute startet die Front die Eroberung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden! Winter is coming! Unsere Welt! Prepare yourself! Steht am Anfang! Ihre stirbt! Das Losreißen reicht nicht! Wir werden sie brechen! Ihre Städte werden brennen und die Seiten ihrer Geschichte! Mars in Aeternum! So, Einsatzberichte. Na gut, das ist alles nicht so wichtig. Viel wichtiger werden die Waffen-Upgrades! Ah, die finde ich nicht in meiner Kajüte, oder? Natürlich nicht. Tafeln mit gesuchten Primärzielen. Ja. Alles klar. Die müssen wir also alle umhauen. Befehle vom Rat oder von Einzelpersonen. Zerstörer fungieren als Spät-Trupps erhalten. Nachrichtennetzwerke. Absicherung zweimal Skeletor-Staffeln. Schiffe verbunden. Herausfinden. Wie? Aha. Wo ist mein Waffenschrank? Toll. Ach, kann ich glaube ich erst, wenn ich die nächste Mission starte. So, bin ich denn bereit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wen sie die nächste Mission starten. Sagen Sie mich, wenn Sie sich die Infos ansehen wollen, Sir. Captain. Technik und Brücke haben Ethan's Hack vom Angriff analysiert. Es ist eine Goldmine, Sir. Was haben wir hier? Das sind die Ratge und Tigris. Die anderen sind SDF. Das sind feindliche Schiffe. Jedes SDF-Schiff verfolgt jedes andere in seiner Flotte. Jetzt haben wir einige ihrer Positionen bestimmt. Wir können auf Ihren Befehl angreifen, Sir. Neue Gelegenheitsziele auf dem Radar, Captain. Wir orten vier feindliche Schiffe. Wo sollen wir angreifen, Sir? Draht aufwärts abwärts zoomen mit Intermission auswählen. Die Dreiecke zeigen Gelegenheitsziele an. Wir sollten eins auswählen, Captain. Tja, das sind ein paar, wa? Hier. Auf Ihr Zeichen, Commander. Operation Durchnahme. Autorisieren. Auf der SDF Galaxius ist eine Waffe, die Sie von Europa gestohlen haben. Sie haben entführte Wissenschaftler an Bord, die Sie nachbauen sollen. Im Idealfall retten wir die Ingenieure, aber die Waffenbergung hat Vorrang. Gut gemacht, Mac. Wir können jeden Vorteil gebrauchen. Ist mir klar. Ich hab mal in Ihren Schuhen gesteckt, Commander. Sie waren ein Captain, Mac? Warum haben Sie das drangegeben? Ich habe den Fehler gemacht, an dem jeder Commander zugrunde geht. Mich gesorgt. Tun wir alle, Chief. Das kann einfach nicht jeder. Jetzt bin ich für die Maschinen verantwortlich. Und Sie für uns. Captain. Na, so ein Glück. Ich habe eine frische Serie aus dem Drucker. Ich habe Schalldämpfer angebracht, um die Signale zu minimieren. Die Frischlinge haben den Schießstand eingerichtet. Probieren Sie alles aus, was Ihnen gerade auffällt. Ein Ziehschild, Heckengerät. Die Antischwerkraftgranaten sind eigentlich ziemlich für ein Popo. Dann nehmen wir lieber die Schockgranaten mit. Ich würde sagen, Sie sind bereit loszulegen. Schiss da dunkel. Meldung ans Kommando. Alle Strafen, die es dein Heiden antreten. Bereit auf Rampe 3. Der Diensthandelkampf-System-Offizier, bitte 7001 wählen. Ich gehe jetzt einmal hier runter. Keine Ahnung, wo hier Rampe 3 ist. Hallo? Captain. Ja? Alles unter Kontrolle hier, Sir. Säuter ist schon in der Luft. Oh, hier. Test abgeschlossen. Alle zukünftigen Alarmsignale haben volle Gültigkeit. Die Sonnenwinde sollten ruhig sein. Viel Glück einreichen. Die 8 Uhr-Berichte werden vom leitenden Offizier auf dem Quartiersdeck entgegengenommen. Alles bereit, Cash und Fieber? Alles klar bei uns. Brooks? Dampf los, Sir. Towers, Gars sind bereit. Captain, ich bin hier, Ihre Augen. Marines eskortieren die Ingenieure zur Retribution, während Sie und Solter die Waffe sichern. Ich bringe Sie rein und raus. Verstanden, Ethan. 1-1-1-2, der Tower meldet Skelter in Formation um die Galaxius. Verstanden, 1-2. 1-1, verstanden. Scars sind bereit. Roger, anziehen. Ja Mensch, zwei ganze Flugzeuge oder what? Team Alpha in Position. Verlassen Jackals. Vorsicht, die Galaxius schickt Jäger auf 243.6. Beschäftige Sie, Salt. Bestätigt. Nähe nicht mit Scars 2. Schieße Sie ab. Team Alpha, Waffenbergung hat oberste Priorität. Aber wir versuchen alles, um die Ingenieure zu retten. Verstanden. Ausschwärmen, die Trümmer als Deckung nutzen. Bestätigt. Übernehme Recht. Die wissen, dass wir in der Leitung sind. Sir, feindliche Ziele nähern sich Ihrer Position. Das war die Okada, der unser. Was von ihr übrig ist. Wir können nur zurückschlagen. Ziele kommen. Sie suchen nach uns. Näher kommen lassen, dann Feuer eröffnen. Sir, ich rate zu einer schallgedämpften Waffe. Ziel in Sicht. Ich habe schon wieder vergessen, in welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele. Da sind welche ungeschüßt. Verstanden. Transporter, direkt voraus. Erledigen. Lären uns dem Zugang. Weiter angreifen, Salt. Okay. Ich sehe sie. Auf 1 Uhr. Klingt wirklich nichts mit, oder? Also abgesehen davon, dass im Weltraum sowieso keine Schlüsse zu hören sind sollten. Weiter zum Durchbruch. Alphas zum Sekundärpunkt. Verstanden. Ethan, brauche einen Höhlen-Scan. Feinde direkt im Inneren, Sir. Nicht mehr lange. Die werden wohl ausgesaugt. Granate! Ist ja auch schon tot. Ist ja auch egal. Ethan, ich bin an Bord. Ich klinke dich rein. Achtung, das Schiff wurde geentert. Umgehend auf Eingreifstationen melden. Captain, suchen Sie ein Terminal, damit ich nicht einklinken kann. Strahlungsleck im unteren Bug. Ethan, du bist drin. Wiederhole. Sterre jetzt, Sir. Wartungsgrohe, bitte melden. Gestohlene Waffe ist in der Waffenkammer. Wo sind die Ingenieure? Suche. Sie blockieren meinen Zugang. An die Rundensaartruppen an Bord meines Schiffs. Hier spricht Käpt'n Backhoff. Ergeben Sie sich, oder das Personal muss sterben. Von wo kommt die Übertragung? Krachtsrampe. Dort halten Sie die Ingenieure fest. Alpha Team, Planänderung. Wir gehen jetzt zu den Geiseln. Ja, Sir. Unterwegs. Menschen vor Waffen. Ethan, den Raum versiegeln. Verstanden. Stelle die Atmosphäre wieder her. Oh, ich bin auch noch der Einzige, ja. Home Alone. OPCS 5-2 meldet unser Truber, aber seitdem kein Kontakt. Haben wir ein Lagebericht... Verstecken oder schnell beseitigen. Verstecken oder schnell beseitigen. Negativ. Letzter Bericht war grün. Seitdem nur Rauschen. Verstecken oder Regen. Markus, Knoten verboten. Hilfe. Da wieder. Da. kommst du ins system des schiffs greife zu einen moment kamerabild ist auf ihrem hat ihr blut klick an ihren händen Ergeben Sie sich einfach und Sie werden weiter leben. Waffe geht auf volle Kraft. Um zu feiern Bereitschaft. Planquartner 3, 2, 6, 9. Die Himmlinge sind feige. Haben Angst vor Schmerzen. Heißt die Bienen erwischt? Ein Scheimer noch. Das steht irgendwo da draußen rum, okay. Achtung, AGS-Kontakt nähert sich. Bereithalten für Kampfmanöver. Nur Sie können es beenden. Es ist allein Ihre Entscheidung. Captain, Sie nähern sich der Frachtrampe. Dort sind die Ingenieure. Sie wurden nicht zum Schlafen hier gebracht. Captain, Sie sind nah dran. Außer Sicht bleiben und dann SDF ausdünnen. Wenn man Sie sieht, exekutieren die die Ingenieure. Verstanden. Ethan, ich bin in der Frachtrampe. Verstanden. Die Ingenieure werden in der Hauptrampe festgehalten. Ich sehe mehr als ein Dutzend Feinde, Captain. Ein direktes Feuergefecht wird wahrscheinlich die Ingenieure töten. Sie sollten erst die Herde ausdünnen. Reyes sind bereit und warten auf dein Zeichen. Wenn es scheiße wird, Feuer frei. Verstanden. Vorsicht, warten Sie, bis niemand hinsieht. Los, los, los. Komme schnell rein, Lieutenant. Alter, nimm doch die scheiß Tür aus da an. Gefechtsstationen, Gefechtsstationen. Unser Truppen in Langverdrag, 3, 4, 1. So, einen habe ich schon mal ausgeknipst. Jetzt muss das Wallhack angehen. Schießen auf die Gegner durch die Wände. Achtung, TCT-Teams, mehrere Dekompressionen an den Backbord-Armpen. Wiederhole, TCT-Teams, mehrere Dekompressionen an den Backbord-Armpen. Ich weiß gar nicht, wo ich auf die Schnauze kriege. Ich weiß gar nicht, wo ich auf die Schnauze kriege. Wartungs-Team zur Atmosphärensteuerung. Wiederhole, Wartungs-Team zur Atmosphärensteuerung. Wartungs-Team-Steuerung. Alles gesichert. Bereit zur Rettung. Verstanden. Alpha-Zivilisten-Evakuierung vorbereiten.